Zum Thema, ja, der Typ zu sagen, der neue Platte. Kommt am 20. Mai, haben wir aber schon dabei heute. Der ganze Erlös wird am Twitter gespendet, jeder Cent. Wer spät, wird los, ich gebe die Platte. Release-Party dazu ist am 14. Mai im Jungen Café in Zwiesel. Also willkommen, wenn Sie... Bitte kommen. Ich hoffe auf eine Party, wie heute. Oder heute ist es anders geil. Transpiration! 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 kahgat! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.